Sehen könnte, ähm, diese jetzt hier fliegen immer schräg und machen sonst gar nichts und explodieren beim Treffer, das ist schon komplex. Das ist, puh, da gibt es schon ein paar Milliarden in Kombination, was die so alles tun. Das ist etwas so komplex wie das Sammlerverhalten in Command & Conquer. Wenn Tiberium fällt hinter Obelisk, dann fahr zu Tiberiumfeld, ähm. Wer erzählt, dass das anders ist, der hat einfach noch nie Command & Conquer gespielt. So, Boss-Time ist natürlich klug. Jetzt muss man wirklich vielleicht sogar die richtige Taste. Erster. Ah, wieso? Ich bin doch gerade erst da hochgegangen. Nein. Ich soll vielleicht mal diese anderen Dinger da unten killen. Ah, ich bin gerade beschäftigt. So ein bisschen. Wenn ich beschäftigt bin, dann habe ich keine Zeit, irgendwas zu killen. Ich bin gleich tot, weil es... Wieso seid ihr hier schon wieder nicht geladen? Das dauert denn da so lang. Äh, würdest du bitte mal sterben? Ich hab's schon gesehen. Ähm, ich hab das Licht am Ende des Tunnels schon gesehen. Schon das Ende des Tunnels gesehen. Scheiße hell da drüben, da wollt ihr nicht hin. Memory ist toll. Ich bin klein. Das ist natürlich toll. Ähm, bin begeistert, was das Spiel mir gerade bietet. Moment lang hatte ich ja Hoffnung, dass es was Gutes wird, als es mir Monsters Lunge gegeben hat, aber... Ähm... ...hat sich sehr schnell wieder aufgehört. Sehr schnell wieder aufgehört, mhm. Und die HP-Down-Pille wollte ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Das war ein Versehen. Ähm... Ich soll vielleicht Pillen einfach gar nicht mehr mitnehmen. Das ist natürlich schwierig. Weil ich ja ständig über alles drüber laufe. Oh, ne, 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 ne. Geht doch. Ne, du lebst noch. Du lebst noch. Ne, du lebst noch. Ne, du lebst noch. Das ist doch nicht wahr. Ich möchte weinen. Äh, ich habe ja noch ein halbes blaues Herz. Und dann... Ich werde da bestimmt Mutter besiegen. Das sehe ich jetzt gar kein Problem. Also bis in die Kiste zu kommen, sehe ich da jetzt nicht so die Schwierigkeit. Ähm... Ich nehme jetzt nichts, was mich daran hindern sollte. Mit der Überskillung, die ich habe. Und... ...meinem natürlichen Skill, den ich nun einfach habe. Wird das bestimmt eine einfache Sache. Okay. Das lief jetzt erschreckend gut. Macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Jetzt bin ich in so einem Raum gelandet. Ich wusste doch, es läuft einfach zu gut. Ähm... Ich weiß auch nicht warum, dass es mir so schwer fällt. Ne, das ist... Das kann nicht sein. Na toll. Was suche ich denn überhaupt noch? Hatte ich denn eigentlich noch überhaupt? Was suche ich denn noch? Hm... War da noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Aber so eine AP-Pille war schon mal eine gute Sache. Ja... Ursprünglich wollte ich mich noch dann das Ganze versauen, weil... Ist eh schlau aufgeschissen, aber... Ah... Würdest du mal sterben, bitte? Danke. So... Da darf ich nicht rein. Da ist mein Itemraum. Huhu... Ah, das war nicht knapp. Ne, da war noch Toleranzen. Hallo, da hättest du noch... ...noch ein Auto zwischenparken können. Also wenn du bescheuert wirst. So, was ist das? Black ab, nehme ich mit. Und ich bekomme... Der will Herzen von mir, glaube ich, ne? Und hat mir dann manchmal... Manchmal gibt er ihm dann was Gutes. Warum laufe ich jetzt noch weiter durch die Räume? Weil ich völlig bescheuert bin. Ich brauche selbst, dass man ein halbes Herz, Junge. Ich sagte, ich brauche selbst, dass man ein halbes Herz zu Giersch lohnt. So, könnte noch der geheime Gehandlung sein. Da unten... Hey, ein schwarzes Herz toll. Oh, ein Blas hat sich... Okay, schwarze, das ist besser, aber... Sagt's keiner. So, wir haben ja alles. Ich gehe weiter. Ich bin ideal vorbereitet, um... ...alles zu machen. Und Boss Rush werde ich eh nicht mehr schaffen, ne? Es sei denn, ich schaffe jetzt innerhalb... Selda ist natürlich auch als Gegner. Leck mich doch. Oh, ihr ausgerinnert ihr. Das muss jetzt sein, natürlich. Okay, mit Monsters Lunge. Mit Triffel einfach den halben Raum. Ich brauche noch eine größere Version davon, von Monsters Lunge. Nö, 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 nö. Das wollen wir doch mal schön lassen, findet ihr nicht? Dieses Gespringe mache ich ja auch nicht. Auch nur, weil ich es nicht kann. Noch Hände. Eine, viele. Wie viele? Welche Hände hätten sie gerne? Zwei, drei, drei. Ich weiß zwar nicht, warum die drei Hände hat, aber vielleicht hat sie mal in der Nähe von Tschernobyl gebunden. Oder Fukushima. Ja, Fukushima ist zu früh. Wenn ein Fukushima wurde und jetzt schon Mama ist, dann... Gut, den musst du ja nicht geboren. Egal. Würdest du bitte mal sterben? Ich würde bitte mal aufhören, so viel zu schießen. Das finde ich nämlich nicht gut. Ich wünschte, ich könnte in der Geschwindigkeit solche Tränen fischen. Mach auf. Nicht da rein. So. Nee, er will ja nur Herzen und kein Geld haben. Hm. Ah, das war die Scheiße, ja. Okay, das tut. Monsters Lunge haut halt doch gut rein. Ist ein bisschen langsam, aber was willst du denn machen? Da ist ja noch eine. Ich habe nur noch die Spinne gesehen. Diesen viel größeren Gegner über sieht man ja leicht an. Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr nur das Auto seht, aber den Elke, wie der euch überfährt, nicht. Lockdown, hey. Gut. Jetzt sind wir da, wo wir schon mal waren. Lockdown. Oh nee, ich hasse euch. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie sehr ich diese Knochenwerfer hasse. Ich weiß nicht mal warum. Es gibt Schlimme, aber ich hasse sie einfach. Das sind schwere Traumata. Help up. Das sind wieder so komplexe Bewegungsmuster, die kann ich nicht. Das ist zu komplex für mich. Bitte nicht mehr bringen, Spiel. Ich hätte kein einfacher Bewegungsmuster, wie Stehen. Stehen ist ein sehr, also ein Bewegungsmuster, das genau meinem Niveau entspricht. Hier, hast du ein Herz, friss es. Danke. So. Was ist denn das links? Reroll, Stats. Äh, nee, nee. Das Item hatte ich noch nicht. Ich musste so die Summe aussammeln. Aber ich bin nicht von seiner Qualität überzeugt. Ich möchte meine Stats nämlich ehrlich gesagt nicht rerollen. Das kann man machen, wenn man irgendwie 2 Milliarden Glück hat, aber keine Power und so. Aber aktuell eher nie. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Ich hätte gerne einen Shop. Hier, friss. Oh, gib mir nix. Hast du schon recht. Ich würde mir auch nix geben. Alter. Ja, drängt mich an die Wand, damit ich euch gar nicht mehr ausweichen kann. Alter, würdet ihr jetzt bitte mal einer wenigstens mal sterben? Ach, komm schon. Was soll ich denn da noch ausweichen? Danke. Ja, ich... Das ist gerade schwierig, da auszuweichen. Jetzt geht's. Und auf allen drei Ebenen die Gegner... Dominieren ist da so ein bisschen schwierig, danke. Und da haben wir Bomben, hey. Kannst du dich Bomben fressen, die... Also Trollbomben? Wieso gibt's denn nix, das Trollbomben frisst? Ah, ich will mich doch... Geh sterben. So. Friss mal, gib mir nix. Ja, gib mir bloß nix. Nee, was zu geben ist. Rassismus, ich weiß. Sonst wollte ich ne Dämonin bin, oder... Oder... Bin... Nee, war... Ich bin mir grad nicht ganz sicher. Keine Ahnung von der Bibel. Vielleicht soll ich die mal lesen, statt Schülerin. Die ist auch frei, oder? Ist das Urheberrecht auf der Bibel schon abgelaufen? Fuck you. Hm. Er droppt nicht mal ein Herz, der Pisser. Wofür hab ich dich dabei? Du solltest mir immer Herzen droppen. Hm. Wie immer. Schrei, weil ich jetzt einen Lockdown hab, droppt er nicht mehr so auf Herzen, ja. Ich war schon mal besser. Danke. Eliminieren ein nach dem anderen. Ein nach dem anderen. Ist das hier Zelda, oder was? Full of Silicon Cloud, Kackspiel, oder? Kannst du den späteren Zelda-Teil nochmal? Hm. Ist ein bisschen wie diese fliegenden... Fliegenden, dicken... Äh, Boden... Dinger am... Fliesen. Da frisst und gibt mir nix. Ja, gibt mir bloß nix. Das ist ja even more options. Das kaufe ich auch noch. Bei 888 was gibt's? Hm. Werden wir heute nicht mehr herausfinden. Na, vielleicht doch, aber jetzt nicht. So ein Item brauche ich schon, ne? Im Moment, da lagen zwei Items. Hätte ich jetzt mal options gehabt, und wären da dann vier gewesen, oder? Wie ist das? Fragen über Fragen. Ich hab keine Antworten. Das sind die Fragen, die die Welt wirklich bewegen. Woa. Woa. Alles gut. Alles bestens. Danke. Okay, was ist da? Da ist nicht der Geheimgeheimbaut. Nein, nicht du. Nicht du. Gott, jetzt hab ich... Ich wünschte, ich hätte ganz viele von diesen Begleitdingern, aber... Ich find halt gar keine. Wenn man die wirklich mal gerne hätte, dann findet man gar keine dazu. Ich hab zweimal Monsters Lunge, da musst du was... Das ist halt hier schon wieder nicht geladen. Ich bin schon halb tot, so. Und was krieg ich? Keine Herzen. Natürlich nicht. Warum auch? Ach, natürlich. Krampus. Hallo, Krampus. Fuck. Oh. Danke, Spiel. Ja, danke. Soll ich denn da wieder schon noch ausweichen, wenn der da irgendwie ganz unten hängt und ich nach ganz unten muss, um auszuweichen? Was denn gar nicht mehr geht? Boah. Wie soll ich denn da noch ausweichen? Ja, klar, ich könnte mitlaufen, aber das Problem ist halt, dass er irgendwie am Kante steht und... Toll. Und ich krieg wieder nichts. Und ich krieg wieder nichts. So, Wichse. Geht doch alle sterben, ey. Ich brauch langsam mal irgendwelche guten Items noch. So wird das nix. Was ist da drin? Ja, komm, hier. Ich muss bei Herzen. Komm schon, gib mir was, du Pisser. Ach, nein, das hab ich den Dreck mitgenommen. Nein, ich brauch jetzt erstmal selbst. So, jetzt bin ich halt irgendwie ganz langsam auch noch. Warum nicht? Komm, gib mir was. Danke. Geh, sterben, bitte. Oh, ich hasse diese Dunkelheit. Und er gibt mir nix. Ach. Bleib doch mal. Du, wickverfuckst. Dummers. Dück, scheiße. Weg mit dir. So, du wirst du das droppen? Danke. Hätte ich geschlagen, wenn du das nicht gemacht hättest. Was soll denn der Mist jetzt hier? Ist hier das Mini-Wunderland oder wat? Geh, Kusch. Das nehm ich mit. Großartig. Bomben. Ich brauch keine Bomben. Ich brauch Items. Gute Items. Ne, ich sitze. Leisern, die auch die Gegner. Ich sollte definitiv auch nochmal den Shop aufsuchen. Du wirst du wieder mal sterben. Danke. Wenn ich den Shop noch finde, da ist wahrscheinlich eh wieder nur Greed drin, der mir den Steam-Sack gibt. Was zur Hölle? Wo kommst du denn jetzt noch her? Sei tot und lass mich in Ruhe. Ich bin begeistert, wie man vielleicht hört. Ach so, hier richtig. Okay, dass sie jetzt manchmal auf ihn werfen, ist toll. Das war Item-Multiplier. Ich nehm das da mal mit und die Karte. Und war jetzt nix krass. More Options. Moment, ich hatte doch schon. Wie viele Optionen hab ich denn jetzt? Wähle aus diesen 17.398... ...Items. Der gesamte Item-Pool in einem Raum. Hab deinen Spaß. Ich bin letzt mal irgendwie besser. Ja, fick dich. Ich hasse sowas. Fressen einem das Zeug weg und geben einem Mist. So, die kotzen so. Ja, fliegen wir da rüber und... So, jetzt ja, nichts über... Okay. Ich war überall, ne? Ich war überall, ne? Ja, ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann hab ich jetzt Krieg gehabt. Ne, sieht gut aus. Okay, ähm... Ich hätt gern das positiv. Ich... Ich show so den Fate und... Ich wünschte, das könnte man dauerhaft haben, diese Verdopplung. So, aber das ist nicht. Computer sagt, nein! Ich hasse auch den Computer. Computer sagt, fick dich. Ja, ich seh schon. Ich bin weitergekommen, als ich es erwartet hätte. Das Problem ist, bevor ich nicht mindestens das Herz besiegt habe, ist hier gar nix. Durch. Und ich bin nicht sicher, ob ich das Herz besiegt bekomme. Danke für die Eisenpflüge mir gibst. Vor allem die Spinnen waren echt nützlich. Aha! Ah, nein! Ah, fick dich doch. Ja, toll. Das... Darkarm-Dings da ist auch scheiße. Vielleicht kommen nachher die Leute. Oh, das ist das beste Atem überhaupt. Das ist mir keine Ahnung. Das ist ein Haufen Dreck. Ah, Hilfe! Ich fahre im Kreis. Was bist du denn? Aber du... Boah, wenn ich es bis in die Kiste schaffe, geht's los. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hallo. Oh, ich weiß es nicht. Sie können effektiv nichts tun, aber sie kommen doch nicht raus. Na, Kleiner, hast du Lust? Was macht jeder für einen Scheiß? Sie ist zu schnell. Besser gesagt, ich bin zu langsam. Aha. Ich kann ja noch mal für einen Scheiß.